Vorteile der Sixty-Personality sind in 180 Sekunden erklärt. Vorteil Nummer 1, Akzeptanz. Wenn man weiß, dass Menschen verschieden ticken, dann ist es viel leichter, dass man es akzeptiert, wenn jemand die eigene Sichtweise nicht nachvollziehen kann. Toleranz. Da man weiß, es gibt verschiedenste Typen, toleriert man deren Eigenschaften und der verhaltene Aktionen natürlich auch, weil man weiß, okay, der Typ ist zum Beispiel eher introvertierter, der Extrovertierter, dieser denkt eher in die Zukunft und dieser in die Vergangenheit. Effizienz. Vor allem in Unternehmertum und Co. ist es super gut zu wissen, mit welchen Typen man gut harmoniert und wo es eventuell wirklich Herausforderungen gibt. Deswegen, wenn man mal weiß, wie jeder Typ tickt, dann kann man sich selbst viel leichter einteilen, mit wem man einfach im Leben prinzipiell gut kann und wo man arbeiten sollte, dass die Beziehung gut harmoniert. Persönliches Wachstum. Man kann seine Perspektiven, aber auch Perspektiven der anderen viel besser verstehen und so für den eigenen Wachstum einsetzen. Das heißt, ich verstehe auch meine eigenen Schwächen und woran ich am besten arbeiten kann, sollte, um ein Miteinander noch besser gestalten zu können. Objektivität. Und es hilft dabei, einen objektiven Blickwinkel aufs Leben zu bekommen. Oft nimmt man Dinge sehr persönlich und verfangt sie in einer gewissen Sichtweise. Und wenn man weiß, dass die Typen die Dinge anders sehen und dass nicht jeder Mensch gleich denkt wie einer selbst, ist es viel leichter, diese objektive Vogelperspektive zu wechseln und die Dinge aus der Perspektive zu betrachten, was in einem viel leichteren Leben resultieren kann. sieht, ist es gut, dass es viele Dinge mehr zu wechseln. Untertitelung des ZDF, 2020